Moin Leute und herzlich willkommen zu einer erfreulichen Neuigkeit für die Jäger unter euch. Und zwar wird mit Patch 10.2 endlich mal des Jägers zu einem Raid-Buff werden. Das hat man sich ja wirklich schon in der Vergangenheit gewünscht, dass doch Hunter mal bitte endlich etwas bekommen, was quasi dem Raid auch hilft und was sie exklusiv mitbringen für den Raid, weil in der Vergangenheit war es so, dass Hunter einfach nichts Besonderes für den Raid mitgebracht haben. Zum Beispiel ein Magier bringt ja immer Intelligenz-Buff mit oder Hexenmeister, Port, Steine, Seelensteine, Gesundheit, Steine und Co. Und der Hunter war da immer so ein bisschen außen vor, hat nicht wirklich was mitgebracht für die Gruppe, außer vielleicht guten Schaden, aber wenn der Schaden nicht gut war, hat man meistens gar keinen Hunter erst eingepackt. Aber mit 10.2 wird sie alles ändern, denn Blizzard hat jetzt hier angekündigt, dass sie es so machen werden, dass das Mal des Jägers den erlittenen Schaden vom jeweiligen Ziel um 5% erhöht. Sprich, der Hunter macht dann auf dem Raid-Boss beispielsweise Mal des Jägers drauf und dann bekommt dieser Boss bis 80% Gesundheit, 5% mehr Schaden durch allen möglichen Quellen von anderen Spielern. Also wirklich ein sehr, sehr geiler Raid-Buff. Letztendlich ist es nicht wirklich ein Raid-Buff, sondern eher ist es halt ein Debuff, den man aufs Target machen muss auf dem Boss und dann bekommt er 5% mehr Schaden. Aber allerdings auch hier, nur solange der Boss über 80% Gesundheit ist oder das Add, was auch immer. Also wirklich nur die ersten 20% von dem Boss, da ist es relevant, danach ist es wieder irrelevant, leider Gottes. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn man irgendwie den Boss vielleicht schnell pushen will, in eine Phase rein, dann ist dieser Debuff wahrscheinlich schon sehr wichtig, dann vor allem bei hinteren Bossen vielleicht, wenn die erste Phase böse ist und so. Und 5% mehr erlittener Schaden des Bosses durch allen möglichen Quellen ist schon not bad, nicht schlecht, ist schon krass. Und endlich ist es soweit, endlich bekommt ihr Hunter einen Raid-Buff. Ansonsten schreibt Schluzert hier noch ein paar weitere, kleinere Details zu dem Mal des Jägers, wie das Ganze funktioniert. Und zwar ist es so, wenn der Hunter das Mal des Jägers auf dem Boss beispielsweise drauf macht und ihr euch nicht im Kampf befindet oder vor einem Pull halt, bevor ihr den Boss pullt, der Pull-Timer kommt, ihr macht es drauf und dann ist es so, dass dieses Mal des Jägers keine Abklingzeit haben wird. Das ist schon mal nice. Allerdings ist es auch so, wenn ihr das Mal des Jägers im Kampf, also während ihr im Bosskampf seid oder einfach generell im Kampf seid, dann das Mal des Jägers rauf packt, dann geht das Mal des Jägers auf Abklingzeit, auf Cooldown und ihr müsst dann 20 Sekunden warten, bis ihr das nächste Mal des Jägers wieder irgendwo drauf machen könnt. Also im Kampf hat es 20 Sekunden CD, wenn es im Kampf erst drauf macht, außerhalb des Kampfes oder vorm Kampf bekommt es keine CD. Also generell immer, man sollte es logischerweise vorm Kampf drauf machen, bevor der Boss gepullt wird, weil dann wird man auch den Boss nicht pullen und es geht auch nicht auf CD, also sehr sehr gut. Warum ist das so, fragt ihr euch vielleicht nun. Weil Blizzard hier schreibt, sie beabsichtigen nicht, dass man diesen Damage-Buff letztendlich mehrmals oder die ganze Zeit hin und her quasi auf andere Ziele changed, also wechselt. Also die wollen wirklich, dass man es quasi auf den Boss macht und dann ist gut. Zudem ist Mal des Jägers weiterhin auf der globalen Abklingzeit. Umso wichtiger ist es dann dementsprechend, dieses Mal des Jägers immer vorm Boss-Pull auch wirklich drauf zu machen. Und was natürlich auch klar ist, wie Klosbrühe, mehrere Jäger können diesen Damage-Buff nicht auf dasselbe Target stacken. Also wenn ihr zwei Jäger habt und die beide Mal des Jägers drauf machen, ist es nicht von Blizzard beabsichtigt, dass der Boss dann oder das Ziel dann 10% mehr Schaden bekommt. Also es stapelt sich nicht nach oben. Ein Hunter reicht. Es könnte aber durchaus sein, so wie man Blizzard kennt, vielleicht ist es anfangs wieder verbuggt. Könnte sein, dass es buggt, aber beabsichtigt oder intendet es nicht von Blizzard. Und ja, endlich ist es soweit. Endlich bekommen hier die Hunter den Raid-Buff, den die sich gefühlt seit 15 oder 20 Jahren wünschen. Mit 10.2 ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen oder wird in Erfüllung gehen. Das ist sehr, sehr nice. Und dann sind Hunter oder zumindest ein Hunter sicherlich immer gerne gesehen im Raid. Für diesen 5% Damage-Buff, für alle letztendlich. Ja, und für all die deutschen Leute, ja hier nochmal auf deutsches Ganze, Mal des Jägers ist damit gemeint mit Huntersmark. Das wird dann dieser 5% Damage-Buff sein, auf ein Ziel immer drauf machen. Hier sieht man es auch, das ist dieser rote Pfeil. Und das ist nice. Lasst mich gerne eure Meinungen dazu in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen oder geholfen hat, gerne noch ein Like da lassen, wenn ich dann nicht. Bedankt fürs Zuschauen, haut da rein. Ciao, ciao. .